Ja, bitte nicht erschrecken, denn das ist unser 100-Tage-Weihnachtscountdown. Auch wenn es bei Ihnen draußen jetzt noch 30 Grad hat, trotzdem, kalendarisch ist in weniger als 100 Tagen Heiligabend. Und da möchten wir Sie darauf vorbereiten und genau pünktlich zu diesem Countdown ist unsere neue Kulisse. Ich kann hier nicht mehr von dem Studio sprechen, ich muss von einer ganzen Kulisse sprechen. Unsere Weihnachts-Winterlandschaft fertig geworden und da werden wir Sie begrüßen. Jeden Tag jetzt bis Heiligabend, entweder aus unserer Hütte hier, gibt es vielleicht auch mal ein Glühweinchen. Was es sicher gibt, ist unseren Weihnachtsengel, den wir dabei haben, aber wir haben natürlich noch viel mehr. Und da bewege ich mich jetzt einfach mal vor unsere Hütte. Sie sehen, bei uns hat schon meterweise geschneit und wir haben weit über 200 Quadratmeter Winterlandschaft. Da ist natürlich auch genügend Platz für Action, für tolle Produkte. Und natürlich ist auch Platz für Kathi, die hier schon auf mich wartet in unserem wirklich atemberaubenden Studio. Und das ist noch nicht fertig. Wir sind gerade im Aufbau. Das wird sich in den nächsten Tagen noch erheblich verändern. Und jetzt möchten wir natürlich diesen 100-Tage-Weihnachts-Countdown nutzen. Nicht, um Ihnen Weihnachtslieder vorzusingen und Christstollen zu verkaufen, sondern Ihnen zu sagen, wie man jetzt diese Spätsommer- oder auch Frühherbstphase richtig schön dekorieren kann. Und Kathi hat mir versprochen, dass Sie heute fantastische Beleuchtungselemente, also es geht um reines Licht heute, dabei hätten. Das ist nicht unbedingt weihnachtlich, sondern das ist auch für die Vorweihnachtszeit und auch für den Herbst eigentlich für jede Jahreszeit bestens geeignet. Und ich bin wirklich gespannt. Ich sehe hier schon unglaublich viel aufbereitet. Und du sagst uns jetzt, was es mit diesen Bildern zum Beispiel auf sich hat. Ja, das sind wunderschöne Lichtbilder, die wir hier haben. Wandbilder, die wir hier zeigen dürfen. Und das ist was ganz Besonderes jetzt nicht nur für die Vorweihnachtszeit. Da sind einige Modelle dabei, einige wunderschöne Motive dabei, die man auch das gesamte Jahr über hängen lassen kann. Das erste Motiv, das hier jetzt zu sehen ist bei mir, also ein Traum, muss ich sagen. Ich habe die hier auch immer so ein bisschen aufgestellt, dass man sich die anschauen kann mit diesen wunderschönen Kerzen. Sie sehen das jetzt gerade. Das ist ein richtiger Traum. Unser Wandbild mit den Rosen sieht schon mal toll aus. Ich finde die Farbgestaltung bei diesem Bild wunderschön, muss ich sagen. Das kann man jetzt natürlich toll ins Wohnzimmer hängen, ins Esszimmer, aber auch prädestiniert jetzt mal für ein Schlafzimmer, finde ich, mit diesen leichten Rosé-Tönen, die wir hier sehen. Das ist so ein Altrosa. Und Sie sehen hier auf dem Bild diese wunderschönen Kerzen, abgebildet, ganz, ganz toll gemacht. Sieben Kerzen, die wir hier an der Zahl sehen. Oh, schauen Sie mal hier unten. Da liegt auch diese Rose mit dann und die stehen alle auf einem wunderschönen Boden. Man sieht hier auch so ein bisschen diesen Kerzenschein. Es hat so den Anschein auf dem Bild, als ob die Kerzen an wären und Sie können sie auch wirklich anmachen. Und Sie werden jetzt sagen, wie, das ist doch ein Bild. Wie kann man denn da Kerzen anmachen? Ja, es handelt sich hier um LED-Bilder. Hier an der Seite ist so ein kleiner Schalter und wenn ich jetzt hier umlege, haben Sie das gesehen? Die Kerzen fangen an zu leuchten. Und dieses Bild bekommt plötzlich einen ganz, ganz plastischen Effekt, so einen 3D-Effekt. Fällt dir das auf? Ja, also man sieht es hier ganz, ganz deutlich, als würden sie wirklich hintereinander stehen. Jetzt hast du was Tolles gesagt, Kerze und Schlafzimmer. Das schließt sich ja eigentlich aus, weil die Brandgefahr zu hoch ist. Aber hier kann ich ja jetzt hunderte von Kerzen, also sprich dann in dem Fall diese Leinwandbilder aufstellen und habe trotzdem den gleichen Effekt. Lass mich mal zählen. Das sind ja sieben Kerzen und eine Rose, also eigentlich auch Romantik pur, oder? Romantik pur für Ihr Zuhause und so ein tolles Wandbild, ein LED-Leinwandbild hier. Dezent romantisch, diese Kerzenstimmung für Ihr Zuhause, jetzt zu einem Spitzenpreis. Also wir haben auch wirklich tolle Preise gemacht für Sie. In der Größe 30x30 cm hier, da kommen zwei Doppel-A-Batterien rein. In diesen dezenten, ansprechenden Farben ein Fotodruck in Leinwandoptik, 9,41 Euro. Ja, und das bekommen Sie mit der Bestellnummer LX7710 und die 569 und nochmal kurz die Anmerkung zum Preis. 9,41 Euro. Ein Hammerpreis. Ich habe solche Leinwandbilder letztes Jahr auf Weihnachtsmärkten gesehen mit verschiedenen Motiven. Die haben bei 20 Euro angefangen, die waren aber kleiner bis hin zu den großen, bis 70, 80, 90 Euro. Und das ist ja voll im Trend, diese LED-beleuchteten Bilder. Also hier können Sie wirklich ein Riesenschnäppchen machen. Und das ist ja jetzt wirklich das ganze Jahr zu verwenden, weil du hast vorhin einen tollen Tipp gegeben mit dem Schlafzimmer. Wem ist es aber, sagt auch eine Rose noch mitten zwischen den Kerzen, ist mir zu viel Romantik. Ich hätte das Ganze gerne mit vielen, vielen Kerzen, aber ähnliche Technik. Ich glaube, da hast du uns auch noch was mitgebracht. Genau, ich habe das Ganze auch mal mitgebracht in ein bisschen größer, 40 mal 40 Zentimeter hier. Unser Wandbild Kerzenlicht. Und das ist natürlich auch super schön. Ist halt auch wesentlich größer mit 40 mal 40 Zentimeter. Und auch hier kann man das an der Seite anschalten und schon hat man diesen tollen plastischen Effekt. Man hat wieder diese tolle LED-Beleuchtung. Auch hier einfach zwei Doppel-A-Batterien hinten rein. Und schon kommt dieses Flackern zur Geltung. Das kommt durch diese Candlelight-LEDs, die da verbaut sind. Also man hat wirklich dieses Kerzenflackern, diesen Flackereffekt. Und dieses Motiv, das wir hier sehen, ist auch sehr schön gewählt. Es sind hier zwei größere Kerzen zu sehen, diese Stumpenkerzen, die man klassisch kennt. Und dann im unteren Bereich dann die Teelichter zu sehen. Insgesamt neun Kerzen also auf dem Bild, neun Lichter, die man hat, die hier diesen tollen Effekt erzeugen, wirkt dadurch sehr, sehr ruhig, sehr, sehr stimmungsvoll. Die zwei großen Kerzen in der Mitte, die Teelichter darum herum platziert. Das hat etwas Besinnliches, strahlt sehr viel Ruhe aus, dieses Bild. Dadurch, dass es hier natürlich auch schwarz gehalten ist, ist es eine echte Leinwand hier. Hochwertig das Ganze. Wunder, wunderschön gemacht, also echte Leinwand, ein Fotodruck auf Leinwand. Dieser 3D-Effekt ist hier, guck mal, wie der rauskommt. Also du hast wirklich das Gefühl, die stehen hier in den Raum hinein, dann auch die Spiegelung nach unten. Das ist ganz fantastisch. Und ich finde, es hat auch was Meditatives, dieses Bild. Da hast du recht. Und man meint ja, jeden Moment, wenn man da jetzt hingreifen würde, würde man sich die Hände verbrennen. Aber Sie sehen, ich kann da ganz locker drüber fallen. Das ist einfach nur für mich fast die perfekte Illusion. Also wenn man eben ein Stückchen weg sitzt oder steht, hat man diese Tiefe, die du gerade gesagt hast, und dann das echte Flackern der Kerzen. Naja, fast echt. Also für mich wirklich faszinierend, Kerzen, die niemals runterbrennen, die aber immer für eine sehr atmosphärische Beleuchtung sorgen. Und du hast jetzt gleich zwei Nebeneinander. Das ist natürlich auch eine tolle Idee, wenn man hier von mehreren aufhängt. Schauen Sie mal da hin. Das sieht, also ich würde die vielleicht sogar, wenn man sie an die Wand hängt, sogar so leicht höhenversetzt, oder? Kann man machen, höhenversetzt oder auch natürlich direkt nebeneinander, wenn man das mag. Schauen Sie mal, also auch wirklich direkt im Anschluss. Das sieht natürlich auch ganz, ganz toll aus. Dann bekommt man so ein ganz großes Bild. Viele bestellen sich dann auch direkt drei oder mehrere davon. Sie können hier so oft zugreifen, wie Sie wollen. Schauen Sie mal, wie toll das aussieht, weil das wirkt dann natürlich riesengroß, wie so ein ganz großes Bild. Sieht spektakulär aus. Eines hat die Größe 40 mal 40. Und das wird natürlich dann riesengroß, ganz toll, wenn man da so ein großes Bild haben möchte. Vielleicht über dem Esstisch zum Beispiel. So richtig so, wow. Und da zahlt man ja sonst unglaublich viel Geld für so ein großes Bild. Hier bekommen Sie da eins für 12,26 Euro. Und dann bestellen Sie sich gleich drei. Und dann bekommen Sie so ein ganz großes, langgezogenes Bild. Das ist natürlich spektakulär für den Preis. Ja, und eine tolle Idee, auch mehrere zu kaufen. Ich glaube, bei gerade mal 12,26 Euro ist das kein Problem. Die Bestellnummer hierfür ist die NX 8780 und die 569. Die Kerzen, die Teelichter, die niemals ausgehen. Ich muss dann also nicht zu irgendwelchen Möbelhäusern fahren, um wieder 100 oder 200 Teelichter zu kaufen, sondern ich bekomme das natürlich hier auf Dauer. Betrieben übrigens mit Doppel-A-Batterien. Da kommen wir aber nachher noch drauf zurück, weil da haben wir natürlich auch noch ein Sparangebot für Sie. Aber ich finde, das ist so atmosphärisch. Ich kann das überall und vor allem auch das ganze Jahr aufhängen. Und das ist eben das Schöne an diesen wunderbar LED-beleuchteten Leinwandbildern. Jetzt haben wir ein Bild. Vom Namen her ist es eigentlich auf vier, sechs Wochen im Jahr beschränkt. Aber ich finde, es ist so schön. Das kann man ruhig auch das ganze Jahr hängen. Aber der Titel dieses Bildes ist Advent. Ja, aber ich finde, wie du sagst, das ganze Jahr eigentlich aktuell. Weil hier sehen wir auch Kerzen wieder. Und das ist eins, muss ich sagen, auch meiner Lieblingsbilder, das wir hier sehen. Schauen Sie sich das mal an. Ist das nicht schön? Also da war ich so begeistert, weil wir hier Kerzen haben, die in ganz unterschiedlichen Kerzenständern stehen. Also sieht wirklich richtig, richtig toll aus, das Ganze. Und kommt halt richtig gut zur Geltung, wenn man das anmacht. Also sieht richtig schick aus dann. Und Sie sehen hier dieses tolle Funkeln, dieses Glitzern dieser Kerzen. Für 12,26 Euro. Auch hier die Größe 30 mal 30. Das sind diese Candlelight-LEDs. Einzigartig schön. Und dann haben wir hier natürlich die Bedienung wirklich bequem, dass Sie hier das Ganze mit einer Fernbedienung schalten können. Das ist natürlich toll. Einfach per Fernbedienung das Ganze an- oder ausschalten. Also ich muss nicht mal hin ans Bild, um es einzuschalten, sondern wenn man abends danach isst, mache ich es an. Und viele haben ja, ich glaube, Faszination Kerze oder offenes Feuer, das liegt in uns Menschen im Gehen begraben. Das werden wir auch nicht rauskriegen. Aber viele haben natürlich Angst bei richtigen Kerzen, die man irgendwo aufstellt, dass die erstens mal Wachsflecken geben, Brandgefahr. Und man hat vielleicht auch gar nicht den Platz, die irgendwo hinzustellen. Hier haben wir Platz, nämlich an der Wand. Überall, wo Sie möchten, können Sie die aufhängen. Diese wunderschönen Kerzen. Wie viele sind es denn, Kathi? Es sind hier neun Candlelight-LEDs, die wir haben. Und du siehst hier diese tollen unterschiedlichen Kerzenstände. Also keiner ist wie der andere von diesen neun Kerzen. Das sehen wir hier, diesen einen mit dem Stern. Der ist natürlich ganz prägnant hier in der Mitte. Dann haben wir hier ganz witzig, guck mal, das sind hier so ganz tolle Weingläser, in die die Kerzen gestellt worden sind. Das ist auch mal eine Idee vielleicht für zu Hause, wenn Ihnen dann mal vielleicht sogar eine Kerzenständer fehlt. Warum nicht mal das Weinglas verwenden? Also da kommt man auf tolle Ideen. Neun Candlelight-LEDs, die dann hier wunderschön die Kerzen erstrahlen lassen. Und das sieht wirklich dann toll aus. Sie haben die Fernbedienung mit dabei. Das heißt, Sie können natürlich hier an der Seite vom Bild auch immer ein- oder ausschalten, wenn Sie möchten. Also wenn Sie sagen ein- ausschalten, dann geht das hier auch von der Seite aus. Aber haben halt auch immer die Möglichkeit, natürlich dann mit der Fernbedienung das Ganze zu schalten, wenn Sie das dann möchten. Ja, also ein faszinierendes Bild. Heißt Advent, aber man kann das erstens mal jetzt sich schon kaufen, dann wirklich in der Adventszeit benutzen oder auch einfach schon ab jetzt an die Wand hängen. Weil ich glaube jetzt auch, wir merken es ja deutlich, jeden Abend wird es früher dunkel. Kann man solche Zusatzbeleuchtung, solche wirklich schicke, stilvolle Beleuchtung überall gerne benutzen und gebrauchen. Und da können Sie natürlich auch, wenn Sie möchten, gleich mehrere nebeneinander machen, wenn Sie wollen. Das sieht natürlich auch schön aus, wenn Sie sagen, ich mache da vielleicht gleich zwei nebeneinander, damit es dann so schön flackert und glitzert. Das sieht dann natürlich auch schick aus. Sie dürfen auch gleich mehrere bestellen zum Verschenken, wenn Sie wollen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Weil sowas ist auch eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Man überlegt ja manchmal, oh, was kann ich jemandem schenken? Was kann ich da nehmen? Aber sowas, so ein tolles Wandbild, so ein Leinwandbild, das ist etwas, das kann man so schön verschenken jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Und jetzt kommen wieder natürlich diese Anlässe, wo man was sucht, wo auch so ein Adventskaffee trinken ist, wo man was mitbringen möchte oder muss. Das eignet sich perfekt. Da hat man jetzt gefunden, wollte ich gerade sagen. Die Bestellnummer ist die NC 8685 und die 569, 12,26 Euro hier der Preis. Und du hast gerade von deinem Favoriten gesprochen. Und da müssen wir sagen, ich habe natürlich auch einen Favoriten und das ist der hier. Und Kathi wird uns jetzt mehr zu diesem Bild erzählen. Das ist unser wunderschönes Winterdorf. Schauen Sie sich das mal an. Das ist natürlich auch ein Traum. Ich mache es mal an. Wahnsinn, ich finde das so schön. Das ist toll, das ist natürlich farblich auch was ganz, ganz Besonderes, unser Winterdorf. Und das ist jetzt auch aus diesen Leinwandbildern, die wir hier heute in der Sendung haben, eine Besonderheit. Weil Sie sehen sofort, das sind jetzt nicht nur normale LEDs, die hier eingearbeitet sind und zwar fünf Stück an der Zahl, sondern Ihnen ist wahrscheinlich sofort aufgefallen, da verbirgt sich noch viel mehr. Neben diesen fünf LEDs haben wir hier über 40 Lichtfasern eingearbeitet in das Bild. Und Sie sehen, hier strahlt plötzlich der Himmel. Ist Ihnen das aufgefallen? Hier sind wie so kleine, kleine, glitzernde Sternchen am Himmel. Und hier, der Giebel vom Haus ist beleuchtet ringsherum. Das sieht man sofort, das sieht ganz toll aus. Das ist durch diese Lichtfasern hier gemacht. Also mit ganz viel Liebe zum Detail, sowas ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Sowas sieht man ganz, ganz selten. Ganz, ganz schick gemacht. Das ist hier ein Gemäldedruck in Leinwandoptik. Also auch sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Ich kann Ihnen das auch mal von hinten zeigen. Sie haben selbstverständlich hier auch immer die Aufhänger mit dabei. Sehr hochwertig, sehr, sehr schön, ganz dicker Rahmen. Also wirklich toll, toll gemacht. Einfach die Batterien einlegen. Und schon haben Sie hier wirklich ein ganz stimmungsvolles Bild, das Sie dann selber an- und ausschalten können. Selbst ausgeschaltet ist das natürlich schon ein wunderschönes Bild. Schauen Sie mal hier, diese Spiegelung. Das sieht aus wie so ein zugefrorener See. Und dann schimmert das so ein bisschen. Aber wenn man es dann einschaltet, wow, guck mal, das sieht so richtig gemütlich aus. Da möchte man gerne einkehren. Das ist eigentlich diese Winteridylle, die man sich wünscht. So, wie man es vielleicht in schönen Friede, Freude, Eierkuchen filmen sieht. Aber hier kann ich sie jetzt endlich mal nach Hause holen. Diese perfekte Winteridylle mit dem faszinierenden Sternenhimmel. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist auch ein Grund, warum das mein Lieblingsbild ist. Das sind diese Spiegelungen, die wir hier sehen. Einerseits auf dem Schnee nur die Lichtspiegelungen. Aber das wird dann dort, wo Eis bzw. Wasser ist, geht das schon ins Detail. Das ist so toll gemacht. Und auch dieses wunderschöne Bild bekommen Sie gerade mal für 12,26 Euro. Und wenn Sie jetzt einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, dann sagen Sie auch, das ist mein Highlight. Aber ich glaube, alle diese vier Bilder, Leinwandbilder, die wir jetzt gezeigt haben, sind absolute Highlights. Aber gerade das hier, also für 12,26 Euro, weil das ja auch noch mal so viel hochwertiger ist, durch diese Lichtfasern, die da eingearbeitet sind, das ist für 12,26 Euro ein Traum. Also greifen Sie dazu, bestellen Sie sich gleich mehrere, auch hier eine tolle Größe. Wir haben hier die Größe 30 mal 40 Zentimeter, also auch richtig schön groß das Ganze, sehr hochwertig gemacht. Wie gesagt, Gemäldedruck in Leinwandoptik das Ganze. Und dann hier diese fünf LEDs und diese über 40 Lichtfasern, die eingearbeitet sind. Ein Traum, gerade bei diesem wunderschönen Motiv, das wir hier sehen. Und wie wir sehen, steht da jetzt unser zweites direkt dahinter. Schauen Sie mal, wie beeindruckend das ist. Das sieht doch aus, als wäre hier wirklich eine Hütte. Nochmal, wir haben zwar eine Hütte, aber nicht diese. Da sieht man mal diese Wirksamkeit. Und die ist, glaube ich, hier ganz, ganz deutlich zu sehen. Die Bestellnummer für dieses, für mich das schönste Leinwandbild, ist die NX 7712 und die 569. Der Preis 12,26 Euro. Faszinierend, entweder diese, eben diese Kerzen mit Rose oder dann natürlich nur die Kerzen oder das Advent oder hier diese Landschaft. Alle drei wunderschön und alle haben eins gemeinsam, nämlich Batterien. Doppel-A-Batterien, die sind sehr lange haltbar dann. Und deshalb haben wir für Sie jetzt natürlich auch noch einen Sparpack. 20 mal Doppel-A hier zu einem Schnäppchenpreis. 5,61 Euro. Also die würde ich gleich dazu bestellen. Da sehen wir es, Doppel-A. Also das sind die Großen, wie ich immer sage, von den Kleinen. Die sind auch sehr umweltfreundlich, sehr lange haltbar. Ich benutze die auch regelmäßig und nicht nur für unsere Leinwandbilder. Da gibt es ja genügend andere Anwendungsgebiete. Die Bestellnummer für das 20er Sparset ist die PX1569 und die 569, der Preis 5,61 Euro, also hier unbedingt auch zugreifen. Jetzt waren wir bei Kerzen auf Leinwändern, aber Kathi hat mir gesagt, sie hat uns auch tolle, tolle Kerzen dabei, die man irgendwo hinstellt und die man überall und jetzt wirklich überall verwenden kann. Ich bin schon gespannt, wohin uns Kathi jetzt bzw. zu welchem Produkt sie uns entführt. Ja, wir hatten ja jetzt tolle Leinwandbilder gesehen und jetzt gehen wir mal wieder rüber zu unserer Hütte. Sie kommen einfach mal mit uns mit. Da haben wir nämlich auch noch was Schönes vorbereitet. Wir haben es ja eingangs vielleicht schon gesehen, als Ralf uns hier aus unserer tollen Weihnachtshütte begrüßt hat. Wir haben hier Kerzen aufgebaut und normalerweise würde man ja sagen, Kerzen hier bei so einer Hütte. Hier ist ja Holz und dann haben wir hier ja auch so ein bisschen was an Dekoration. Da kann man ja eigentlich keine Kerzen aufstellen. Doch kann man und zwar hier dank LED-Technik. Denn diese Kerzen, das sind wunderschöne Echtwachskerzen, aber mit fantastischer LED-Technik. Und die sind ein Traum. Ich habe Dreiersets mitgebracht jeweils und zwar zwei unterschiedliche. Und das erste Dreierset können wir uns hier direkt mal anschauen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Schau mal hier in unterschiedlichen Größen. Also das sind jeweils hier die Dreiersets, die wir haben. Ich stelle mal eins hier in die Mitte, dann können wir das noch weiterhin hier schön betrachten. Weil das ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Und diese Dreiersets jetzt hier mit einem wunderschönen, ja auch Candlelight-Effekt im Inneren. Also die flackern wirklich, schauen Sie mal. Ich halte es mal so, dann können wir es glaube ich sehen. Genau, die flackern wie echte Kerzen. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, aus den paar Metern kann man das gar nicht von einer echten Kerze unterscheiden. Weil man hat diesen tollen Flackereffekt. Wenn man die jetzt irgendwo aufstellt, diese Kerzen, Man würde denken, es ist eine echte Kerze, die da irgendwo steht. Sieht unglaublich realistisch, unglaublich echt aus, das Ganze. Aber es ist einfach total sicher. Weil auch wenn man da jetzt mal hier auf die Kerze zum Beispiel drauf fasst, dran fasst, falls sie mal umkippt. Es kann halt gar nichts passieren, weil wir hier halt LED-Technik haben. Das ist das Schöne. Sie sehen ja hier dieses Flackern. Ist es nicht toll? Ist es nicht realistisch gemacht? Und ich kann Ihnen sagen, das Tolle ist, Sie haben hier die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu dimmen. Weil im Lieferumfang ist jetzt eine Fernbedienung mit dabei. Und mit dieser Fernbedienung können Sie die Helligkeit dieser Kerze variieren, wenn Sie möchten. Sie haben zwei Helligkeitsstufen mit dabei. Und Sie haben auch einen Timer für vier oder für acht Stunden direkt. Der Timer. Viele fragen immer, warum denn ein Timer bei Kerzen? Naja, vielleicht möchten Sie die Kerzen anschalten, möchten dann ins Bett gehen, dass Sie sagen, oh, die sollen jetzt noch mal ein bisschen brennen und sollen dann von alleine ausgehen. Bei echten Kerzen muss man ja immer auspusten. Das müssen Sie hier nicht. Die gehen dann von alleine aus. Aber solche Kerzen sind auch sehr, sehr praktisch als Abschreckung zum Beispiel vor Einbrechern. Muss man mal drüber nachdenken. Weil da, wo echte Kerzen brennen, da denkt man natürlich, oh, es ist jemand zu Hause. Und diese Kerzen sind absolut realistisch, wenn Sie die zum Beispiel zu Hause irgendwo platzieren, vielleicht im Wohnzimmer, sodass man sie aber vom Fenster aus gut sehen kann. Wenn da jetzt jemand kommt, der vielleicht in Ihre Wohnung, in Ihr Haus einbrechen möchte und der durchs Fenster reinschaut und der sieht, oh, da brennen Kerzen und der denkt natürlich, es sind echte Kerzen. Wenn er die sieht, dann denkt er, ah, da brennen Kerzen, da ist jemand zu Hause. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Das heißt, diese Kerzen sind eine sehr gute Abschreckung gegen Einbrecher. Also können Sie perfekt verwenden, können Sie dann mit dem Timer natürlich timen, sodass Sie nach vier oder acht Stunden ausgehen. Werden gerne, gerne für sowas genutzt. Und ich habe vorhin gesagt, was du zu mir gesagt hast, Kerzen, die man wirklich überall verwenden kann. Jetzt fallen mir natürlich Pflegeheime, Krankenhäuser an oder irgendwo, wo man leicht brennbare Materialien hat. Aber das kann ich ja jetzt wirklich überall benutzen. Und ich habe schon solche Kerzen gesehen. Da hat das Stück 15 Euro gekostet oder sogar mehr. Und hier haben wir jetzt wirklich dieses Dreier-Set. Das ist natürlich auch eine Größenkombination, die wir haben für 16,06 Euro. Also schon mal danke. Und was man sofort merkt, Kati, wenn man das in der Hand hat, das fühlt sich an wie echtes Wachs. Es ist echtes Wachs. Also das ist das Schöne, wenn wir das anfassen. Es ist außen ein dicker, echt Wachsmantel. Es ist echtes Wachs. Man kann das auch mit dem Finger, wenn Sie das dann mal zu Hause haben, mal so drangehen. Können Sie auch so abmachen. Könnten Sie auch mit dem Feuerzeug noch drangehen. Sie sehen hier ja auch diese echten Wachsenasen, die da runterlaufen. Es ist absolut authentisch gemacht. Also man kann sie von einer echten Kerze fast gar nicht unterscheiden. Sie sehen jetzt hier auch nochmal schön dieses Flackern. Nur sie brennen halt nicht mehr runter. Man muss keine Kerzen mehr nachkaufen. Also es rentiert sich auch richtig auf die Dauer. Es ist super praktisch. Und wie Ralf gerade gesagt hat, man kann die halt wirklich überall aufstellen. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, dass da irgendwas passiert. Also sei es jetzt zu Hause, wenn man da wirklich immer denkt, oh, habe ich die Kerze ausgemacht? Man hat da ja immer so ein bisschen Bedenken. Oder halt auch an Stellen, wo man normalerweise keine Kerzen aufstellen kann. Sei es jetzt aber auch in Pflegeheimen, in Krankenhäusern zum Beispiel. Da sind ja Kerzen grundsätzlich verboten. Offenes Feuer. Auch zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen. Das war auch ein Riesenthema. Ich war auf dem Kreuzfahrtschiff und da wollte auch jemand heiraten. Und dann möchte man natürlich gerne auch Kerzen haben. Und da ist aber offenes Feuer, sind Kerzen verboten. Was macht man da? LED Echtwachskerzen. Wirkt ganz echt, wirkt ganz authentisch. Und die darf man verwenden. Ja, und auch wenn man irgendwo Kerzen verwenden darf. Es ist, ich habe noch immer das Geschrei, in Anführungsstrichen, meiner Mutter in den Ohren. Wenn mal so eine Kerze angefangen hat zu tropfen und die Tischdecke drunter Wachsflecken hatte. Oh Gott, das ist aber auch eine Sauerei. Also auch das. Oder wenn man Haustiere hat, Katzen gerade. Katzen werfen ja alles prinzipiell, glaube ich, auch absichtlich um, was irgendwo steht, um uns Menschen zu ärgern. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn das mit einer richtigen Kerze passiert. Wachsflecken, wenn man Glück hat, geht sie aus beim Umfallen. Aber wenn sie brennt, kann es natürlich noch wesentlich größere Schäden geben. Und auch für Kinder besteht hier ja keine Gefahr, weil es wird ja keine Wärme entwickelt. Also ein Dreierset für 16,06 Euro. Nochmal, das sind alle drei dieser Echtwachskerzen. Und trotz unserer Beleuchtung im Hintergrund, in unserem schönen Hütchen, sehen wir hier deutlich diese Kerzen, wie sie flackern. Es ist einfach Faszination pur. Und ich glaube, Feuer hat ja schon immer eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Ja, aber die sind wunderschön. Die können Sie sich jetzt bedenkenlos nach Hause holen. Vor allem auch schöne Größen. Wir haben das hier größenmäßig so schön abgestuft. Wir haben hier diese 9,5, 12,5 und 14,5 Zentimeter Größe. Also von der Größe her auch sehr, sehr schön. Für ein tolles Dreierset und für 16,06 Euro preislich ist es so toll. Also wie gesagt, normalerweise bezahlt man bei diesen LED-Kerzen für eine schon diesen Preis. Und Sie bekommen jetzt das Dreierset, vor allem inklusive Fernbedienung. Also das kann ich auch gerne nochmal zeigen. Sie können mit der Fernbedienung jetzt hier die Kerzen bedenkenlos hier an- und ausschalten. können natürlich hier das alles machen, wie Sie möchten, können die Helligkeit variieren. Das geht dann einfach hier mit der Fernbedienung. Schauen Sie, zack, und dann sind sie aus. Oder dann hier nochmal, zack, wieder anschalten. Mit der Fernbedienung, da können Sie das vom Sofa oder vom Bett aus machen, so wie Sie das möchten. Das ist natürlich dann ganz, ganz toll, wenn man das so bequem dann einfach schalten kann. Da muss man nicht mehr hinlaufen. Die haben selbstverständlich unten auch einen An- und Ausschalter, wenn Sie das möchten. Aber mit der Fernbedienung ist das wesentlich komfortabler. Also NC 9015 und die 569, das ist die Bestellnummer für dieses Dreier-Set. Und jetzt eben nicht für eine Kerze 16 Euro, nicht für zwei Kerzen 16 Euro, sondern für drei dieser wunderschönen Echtwachskerzen 16 Euro und 16. Ich glaube, das sieht überall schön aus. Eins haben wir noch vergessen, finde ich auch ganz wichtig. Man kann das selbst auf die Fensterbank unter Vorhänge stellen. Weil es wird hier absolut keine Wärme entwickelt. LED verwandelt wirklich 100% der Energie eben in die Luft. Licht und das genießen wir. Jetzt hast du uns da natürlich auch noch ein Sparpack an Batterien, weil diese Echtwachskerzen werden mit AAA-Batterien betrieben. Und das haben wir jetzt auch noch für Sie hier im Sortiment. Gleich 20 Stück. Da sind 20 Stück in diesem Sparpack drin. Für eine von diesen Kerzen braucht man drei von diesen AAA-Batterien. Die kommen da unten einfach rein. Ich habe mal aufgemacht unten, dann sehen Sie das direkt. Also einfach drei Stück pro Kerze unten rein. Und diese AAA-Batterien, das sind die kleinen, also diese kleinen Batterien da einfach unten mit reinmachen. Das ist ganz praktisch. PX 1565 und die 569, das ist die Bestellnummer. Die kann man immer brauchen, auch für Wagen oder für ähnliche Haushaltsgeräte. Also die einfach mit dazu bestellen. Kathi hat mir gesagt, sie hat noch weitere Kerzen, die jetzt noch eine weitere Besonderheit haben. Und ich bin gespannt. Ja, die standen ja auch schon die ganze Zeit. Und da ist das natürlich jetzt noch einen Tick exklusiver, noch einen Tick schicker. Viele möchten es so ein bisschen hier noch einen Tick echter haben. Und wenn man es noch echter haben möchte, dann geht das natürlich. Ja klar, echte Kerzen kann man auspusten. Und diese Kerzen, schauen Sie, die brennen jetzt. Oh, das sieht wirklich aus wie eine echte Flamme. Schauen Sie mal, ja, das ist hier täuschend echt gemacht. Also muss man ganz klar sagen, die sind so authentisch gemacht, weil hier oben ist so ein kleines Element eingebaut, das eine Flamme wirklich simuliert. Also super echt. Sie sehen das ja jetzt hier. Aber schauen Sie mal, ich kann da anfassen, da passiert gar nichts. Also auch hier LED-Technik, super toll gemacht. Und passen Sie auf, ich kann jetzt hier auspusten. Ist das toll? Aber du hast doch jetzt irgendwas mit deiner Hand da unten gemacht. Nein, ich habe nichts gemacht. Pass mal auf, ich kann auch hier. Moment, Moment, Moment. Ich zeige es, ich nehme die Hand weg. Ich halte die mal. Ich halte die mal. Pass auf, ich halte es einfach so mit zwei Fingern. Pass auf, ich halte es mit zwei Fingern. Ich zeige es nochmal. Die ist jetzt ausgepustet. Und passen Sie mal auf, was ich jetzt nämlich machen kann. Ich kann nämlich auch hier anpusten. Haben Sie es gesehen? Also ich habe gesehen, du hast keinen Schalter benutzt. Die kann man an- und auspusten. Ist das clever? Ich puste nochmal aus. Jetzt ist sie wieder aus. Faszinierend. Und jetzt ist sie wieder an. Ist das toll? Das Geheimnis von diesen Kerzen, und wir haben sie jetzt auch im Dreier-Set für Sie, ist hier oben ein kleiner versteckter Luftzugsensor. Der ist hier integriert. Das heißt, diese tollen Kerzen, und das sind auch LED-Echtwachskerzen, die kann man jetzt hier dank dieses kleinen, ich zeige Ihnen nochmal, da oben ist er, ich drehe es mal so ein bisschen, ich hoffe, man kann ihn sehen, er ist wirklich ganz klein da oben, ganz minimal versteckt. Da kann man die jetzt an- und auspusten. Und das ist natürlich super realistisch. Die sind auch aus echtem Wachs. Man kann es riechen, man kann es fühlen. Riesig groß, ein tolles Dreier-Set. Und wenn Sie es wirklich realistisch haben wollen, dann bestellen sich die, weil die können sich halt dann wirklich auspusten wie eine echte Kerze, aber halt auch wieder anpusten wie eine echte Kerze. Unten ist selbstverständlich ein An- und Ausschalter mit dabei, sodass Sie sich auch komplett ausschalten können, wenn Sie möchten. Aber man kann sie halt jederzeit an- und auspusten. Und das ist halt so faszinierend, so begeisternd einfach nur. Und es ist so toll. Und Sie sehen wirklich so echt aus, muss ich sagen. Also ich war hin und weg, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Auch hier müssen wir nochmal drüber sprechen. Das ist ein Dreier-Set. Also in drei Größen, sodass ich das auch wunderschön arrangiert hier irgendwo hinrichten kann. Und jetzt also nicht nur optisch, ein absoluter Leckerbissen durch diese flackernde Flamme, die ich wirklich Faszination pur oder als Faszination pur empfinde, sondern jetzt auch noch technischen Highlight durch diesen Zugluftsensor, der eingebaut ist, die Kerzen ganz einfach ein- aus- und auch wieder anpusten. Und das jetzt im Komplett-Dreier-Set für gerade mal 28,41 Euro. Das ist wieder mal ein absoluter Preishammer. Und den bekommen Sie mit der Bestellnummer NC 91,69 und der 569. Dann kommt dieses Dreier-Set zu Ihnen nach Hause. Und ich muss auch sagen, Echtwachs, das ist also nicht irgendwie nachgemacht Plastik, sondern das ist echter Wachsmantel. Echter Wachsmantel, total dick hier in der Farbe Pergament übrigens. Also das ist so ein bisschen dieser Cremeton in so einem kleinen bisschen halt dunkler, super schick, super elegant und edel gemacht. Und wir haben hier tolle Größen. Also die kleinste ist hier 12,5 cm, dann haben wir hier 18 cm und dann haben wir hier 23 cm in der Größe. Also riesig groß auch das Ganze. Normalerweise allein, wenn man eine echte Kerze in der Größe kaufen würde, dann wäre das ja schon so, dass man da gut und gerne 10, 15 Euro zahlen würde. Deshalb der Preis ist auch hier sensationell mit 28,41 Euro für dieses Dreier-Set, weil die hat man ja dann immer. Da macht man einfach zwei Doppel-A-Batterien rein in diese wunderschönen Kerzen. Das sieht fantastisch aus, also super praktisch, super schick. Und die sehen so toll aus. Durch diese Größe, die wir hier haben, gerade auch bei den großen Kerzen, die können Sie ja jetzt überall positionieren. Die können Sie ja jetzt schön auf die Tische stellen. Die können Sie ja auch für Ihre kommenden Adventskränze dann verwenden, damit die sicher sind. Die können Sie ja auch perfekt zum Beispiel dann mal auf den Boden stellen. Man sucht ja immer Kerzen, die man auch als Bodenkerzen verwenden kann, die man einfach vielleicht schön auf den Boden stellen kann, damit das dekorativ aussieht. Diese Kerzen können Sie für alles verwenden. Und Sie können sie an- und auspusten. Das ist hier das Tolle. Und Sie sehen so authentisch aus. Sie sehen so echt aus. Das sieht so fantastisch aus. So schick einfach nur. Und dann einfach auspusten und auch wieder anpusten. Ist das nicht genial? Also ich war da so begeistert. Und wenn Sie es auch sind, natürlich greifen Sie zu. Dieses Dreier-Set ist natürlich für Sie perfekt, aber auch ein geniales Geschenk. Ja, manchmal ist es besser, als in den Fernseher zu schauen, den man noch stundenlang einstellen muss, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber hier mit diesen Kerzen Romantik pur, die Ihnen nach Hause geht. Und ich sage Ihnen noch mal die Bestellnummer. Das ist die NC-9169 und die 569. Auch diese werden jetzt mit Doppel-A-Batterien betrieben. Und deshalb haben wir für Sie auch hier noch mal ganz kurz dieses 20er-Sparpack eingeblendet, damit Sie das hier auch gleich mitbestellen können. Bitte drauf achten. 5,61 Euro ist der Preis für das 20er-Sparpack mit Doppel-A-Batterien. Da sehen Sie es eingeblendet. Aber auch hier die Bestellnummer noch mal. Das ist die PX-1525. Entschuldigung, 1569, PX-1569 und die 569. Und ich glaube, mit 20, da kommt man schon mal durch den gesamten Winter. Weil natürlich solche LED-Kerzen auch sehr, sehr sparsam sind. Also die einfach mit dazu bestellen, genauso wie die AAA-Batterien. Und jetzt habe ich beim nächsten Produkt schon ein absolutes Beleuchtungshighlight gesehen, weil ich liebe es, weil ich habe es zu Hause bei mir im Regal stehen. Kathi hat es schon bewundert, aber sie wird uns jetzt präsentieren, um was es sich handelt. Ja, wir haben jetzt hier eine Lampe, aber eine ganz spezielle, eine außergewöhnliche. Und Sie haben sie vielleicht hier schon im Hintergrund so ein bisschen leuchten sehen. Eine Supernova-Kugel-Effekt-Lampe. Das ist was ganz Spektakuläres. Und Ralf hat es gerade gesagt, er hat sie zu Hause. Er hat sie bei sich im Regal stehen. Und es ist wirklich etwas, jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit, sondern bei dir leuchtet sie ja wirklich das gesamte Jahr über. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun bei mir. Also, weil es ist für mich eine unglaubliche Faszination. Wenn man mal abends runterkommen will, ich mache ja, du hast es ja selber leid verlebt, ich mache alle anderen Lichter aus und dann brennt eben diese eine Lampe noch. Und das ist ein unglaublicher Effekt. Wir haben hier übrigens vier Einstellungen, die wir machen können. Ja, vier Leuchtprogramme. Das ist einfach Wunder. Und ich sage es wirklich aus Überzeugung, wunderschön. Es sieht ganz toll aus, weil sich dieses Licht, gerade wenn Sie dann bei sich zu Hause auch alles dunkel machen, sich an der Decke spiegelt im gesamten Raum. Also es sieht dann wirklich toll und spektakulär aus, dass dieses Licht von dieser Lampe scheint hoch in den gesamten Raum und beleuchtet Ihren gesamten Raum. Diese Lampe, dieses Licht dreht sich einmal ringsherum. Und es ist hier so eine Milchglasoptik, die wir außen herum haben. Also an der Lampe selber ist das spektakulär zu beobachten, diese Lichteffekte, die wir da haben. Es sieht wirklich aus wie so unterschiedliche Farbeffekte, die da auftreten. Im unteren Teil, hier unten, ist so ein kleiner weißer Schalter. Den können Sie betätigen. Genau, Ralf zeigt es gerade. Und da können Sie die unterschiedlichen Leuchtprogramme einfach durch Drücken einstellen. Vier Leuchtprogramme Ihrer Wahl sind dabei. Da gibt es jetzt so ein bisschen fetzigere Leuchtprogramme. Die blinken halt so ein bisschen intensiver. Und es gibt ganz, ganz sanfte Leuchtprogramme, die man einstellen kann. Also wie Sie das möchten. Dann in den unterschiedlichen Farben. Wir sehen das Rot, Blau, Grün. Also wirklich ganz, ganz toll und schön, wie das dann leuchtet. Also das ist so schön. Also sei es jetzt für Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer, egal wo Sie die aufstellen wollen. So was ist einzigartig. Also ich muss sagen, ich habe es ja jetzt in einem Regal zur Wand hin. Das ist schon wunderschön. Ich könnte mir das aber auch zentral auf einem Tisch zum Beispiel gern vorstellen. Es ist überall ein unglaublicher Effekt. Ich habe das Anfang des Jahres, glaube ich, zum allerersten Mal bei unserem Programm entdeckt und habe sofort gesagt, diese Lampe, die muss ich haben. Zumal der Kostenpunkt wirklich überschaubar ist. 19,86 Euro für eine solche tolle Lampe. Heißt auch noch Supernova. Also ich finde, hier passt auch der Name perfekt. Definitiv, oder? Schauen Sie sich das mal an. Also es sieht wirklich aus wie so ein explodierender Stern. Also ganz, ganz toll mit diesen Lichteffekten. Da kann man hineinschauen und kann sich mehr treiben lassen, kann sich begeistern lassen und immer wieder von diesen Lichteffekten auch inspirieren lassen, finde ich. Es hat so etwas Meditatives dann auch, wie sich diese Lichteffekte verändern. Es ist ein ganz ausgeklügeltes System, das wir hier haben, das hier diese Lichteffekte dann schafft. 20 Zentimeter im Durchmesser. Es sind übrigens neun LEDs, die da drin verbaut sind, die diese Lichteffekte dann schaffen hier bei dieser Lampe. Also unglaublich spektakulär und auch für den Preis was ganz Besonderes, weil ich habe extra mal im Vorfeld geschaut, habe geschaut, was kosten diese Effektlampen denn auch? Auch gerade mit dieser Milchglas-Optik, gerade auch in dieser Größe, weil Lampen, dafür kann man ja, vielleicht haben Sie selber schon mal nach Lampen geschaut, dafür kann man ja unglaublich viel Geld ausgeben. Du warst ja auch neulich los und hast nochmal nach einer Lampe geschaut und warst da ja auch komplett erstaunt, wie viel das dann auch kosten kann, wenn man da eine schöne Lampe haben möchte. Diese ist preislich jetzt hier bei uns mit dem TV-Sonderpreis. So attraktiv. 19,86 Euro. Das ist so ein fantastischer TV-Sonderpreis, den wir hier für Sie haben. Und selbstverständlich können Sie auch mehrfach zugreifen, wenn Sie sagen, ich nehme davon eine schön fürs Wohnzimmer, um die da schön hinzustellen. Ins Regal zum Beispiel auch, wie das der Ralf gemacht hat, um da wirklich so eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Als indirektes Licht vielleicht auch, wenn Sie da wirklich mal im Wohnzimmer das Licht ausmachen, nur den Fernseher laufen haben und dann wirklich so eine schöne Atmosphäre kreieren wollen am Abend. Oder auch für Schlafzimmer einfach so aufs Nachttisch hin mit draufstellen, um abends dann, wenn Sie ins Bett gehen, so eine ganz, ganz ruhige Atmosphäre zu kreieren. Gerade mit den ruhigeren Programmen, die dieses Licht hat. Das wirkt so richtig, richtig toll. Und da kommt man auch gut in den Schlaf. Nicht ohne Grund lieben auch Kinder solche Lampen. Die finden das ja ganz, ganz toll, wenn es da so dieses ruhige Licht gibt, dieses wunderschöne Licht, das dann so toll strahlt und das dann so ein bisschen diesen Galaxideneffekt hat. Diese Projektoren gibt es ja da auch für die Kinder und die finden das auch ganz, ganz toll. Also wenn Sie da vielleicht auch Kinder, Enkelkinder in der Familie haben, die werden auch begeistert sein, so etwas geschenkt zu bekommen. Und gerade als Nachtlicht, was du gesagt hast, also ich finde für uns Erwachsenen wirkt das schon unglaublich beruhigend. Kinder werden da ganz, ganz schnell schlafen. Faszination zuschauen, sich so ein bisschen in eine Traumwelt katapultieren lassen beziehungsweise langsam hinübertragen lassen. Und dann ist es da natürlich auch bestens eingesetzt. Da hast du absolut recht, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber die beruhigende Wirkung von Licht, ich glaube, die weiß jeder. Und wenn wir hier jetzt im Nachtlicht eine ganz leichte Bewegung haben, dann ist das perfekt. Und über Stromverbrauch brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Das ist LED-Technologie. Also diese Lampe, die kann Tag und Nacht laufen. Sie werden das nicht an Ihrer Stromrechnung merken. Ich glaube, da kosten andere Sachen wesentlich mehr Strom in fünf Minuten. Obwohl, ich finde halt, wenn es dunkel ist, sieht es immer am tollsten aus, weil das dann so schön strahlt. Also der Effekt, gerade im Dunkeln, ist fantastisch. Also wenn das dann an die Decke hochgeht, an die Wände geht, wenn dann dieser wirklich tolle Effekt entsteht, das werden Sie zu Hause sehen. Das ist so schön. Das sieht so toll aus. Also Sie haben dann so einen richtigen Leuchteffekt, weil das dann wirklich so richtig raus strahlt auch. So toll gemacht, das Ganze. Und es ist auch von der Handhabung her sehr, sehr einfach. Ist auch sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr robust. Sie sehen, das hat auch so eine ganz, ganz tolle Haptik, diese Lampe. Sieht designtechnisch sehr, sehr schön aus. Hier im unteren, wie gesagt, da ist der kleine Knopf. Da können Sie dann auch die Leuchtprogramme verändern, wenn Sie möchten. Umschalten in die unterschiedlichen Leuchtprogramme. Sie sehen jetzt hier mit mehr Blau- und Rottönen. Dann verändert das so ein bisschen. Allein, wenn man die so hält, schau mal, wie das ausschaut. Also ganz toll gemacht, sehr angenehm gemacht. Hier in dieser Milchglasoptik. Wie gesagt, ist es so eine Milchglasoptik. Sie müssen keine Angst haben, die geht auch nicht schnell kaputt. Also da können Sie die auch wunderbar mal in ein Kinder- oder in ein Jugendzimmer hineinstellen. Ja, mit der NC 9048 und der 569 kommt diese Supernova zu Ihnen. Ich habe sie zu Hause, ich gebe sie nicht mehr her. Weil das wirklich, wenn du mal einen stressigen Tag hast, dann glauben Sie mir, wir sind hier ein klein wenig im Stresstag täglich, dann ist das genau das Richtige, um zu Hause wieder runterzukommen. Durch diese Beleuchtung. Und diese Supernova sorgt dafür und das für gerade mal 19,86 Euro. Und noch einmal die Bestellnummer, das ist die NC 5048 und die 569. Jetzt bin ich hier mit meiner Beleuchtung begrenzt auf den Innenbereich. Das mache ich wunderbar im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo immer ich das möchte. Aber Kathi hat mir jetzt auch noch sensationelle Effekte für außen versprochen. Wenn Sie sagen, oh, ich möchte auch ein bisschen im Außenbereich beleuchten. Und jetzt beginnt ja wieder die etwas dunklere Jahreszeit. Dann möchte ich Ihnen das gerne zeigen. Wir gehen mal rüber hier zu unserer Hütte. Ich komme gern mit. Du kommst einfach mal mit, genau. Da habe ich nämlich schon was Schönes für Sie. Und das ist hier einmal was ganz, ganz Effektvolles. Da haben wir nämlich einen unserer tollen Laserprojektoren. Schauen Sie mal hier. Den kann ich einmal hier zeigen. Und der andere ist hier uns einmal abhanden gekommen. Den hole ich auch mal wieder hoch. Dann können wir uns das nämlich, willst du hier neben mir auf die Bank kommen? Ja, gerne, gerne. Können wir uns das Ganze mal anschauen. Das sieht nämlich ganz fantastisch aus. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist wirklich ein ganz, ganz fantastischer Effekt, den Sie hier kreieren können. Mit zwölf LEDs haben wir hier einen Laserprojektor. Der ist jetzt für den Außenbereich bestens geeignet. Können Sie theoretisch aber auch im Innenbereich verwenden. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ist jetzt für innen wie für außen bestens geeignet. Außen kommt es natürlich jetzt, wie hier bei uns zum Beispiel, an so eine Hauswand, an einer Garagenwand. Oder dann auch bei zum Beispiel Beleuchtung von Bäumen. Richtig gut zur Geltung. Also von Pflanzen allgemein, oder? Genau, kannst du jetzt an Bäume, an Hecken machen. Vielleicht haben Sie sowas auch schon mal gesehen. Viele große Hotels zum Beispiel, die verwenden das auch. Oder Restaurants, da hat man das auch schon mal gesehen. Ich habe so einen Projektor zum ersten Mal gesehen. Da bin ich auch langgefahren an einer ganz, ganz tollen Straße. Und da hatte auch so eine Hauswand, diese Beleuchtung. Und da muss ich wirklich anhalten, weil ich war so fasziniert, als ich diese Projektion an dieser Hauswand gesehen habe. Da ist mir die Spucke weggeblieben. Also das sah so toll aus. Und hier haben wir halt einen Laserprojektor mit diesen zwölf LEDs mit dabei. Und vor allem diese Lasermuster. Sie sehen das jetzt, Kreise, Wirbel, Kreuze. Die Sie hier in Ihrer Bewegungsgeschwindigkeit variieren können, aber auch in der Blinkgeschwindigkeit. Wir haben zehn Bewegungsgeschwindigkeiten, sieben Blinkgeschwindigkeiten. Und das Ganze können Sie über die Fernbedienung dann auch perfekt steuern. Also dann einfach anschalten, wenn Sie möchten. Und dann geht das Ganze los und sieht wirklich spektakulär aus. Und ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt schon fasziniert, weil bei uns haben wir noch eine recht hohe Helligkeit hier im Studio. Und trotzdem ist das so deutlich zu sehen, wenn es auch nur auf kleiner Fläche. Aber das kann ich natürlich größer machen. Und es ist auch für den Außenbereich. Das heißt also, auch wenn es regnet, ich muss nicht panisch hinrennen, das kann ich einfach stehen lassen. Du kannst es wunderbar einfach stehen lassen. Also es ist für den Außenbereich geeignet, für den Innenbereich. Wir haben im Lieferumfang ein Komplettset für Sie mit dabei. Ich habe es natürlich jetzt hier im Studio. Es sieht natürlich wie ein Schnee aus, aber es ist natürlich ein flacher Boden. Ich habe es mit dem ganz normalen Standfuß aufgestellt. Und Sie sehen, es ist auch zur festen Montage gedacht. Also wir haben ja extra in diesem Montageelement auch hier diese vorgesehenen Elemente für die Schrauben zur festen Montage mit dabei. Das heißt, Sie können das mit den Schrauben direkt auch fest montieren, wenn Sie möchten. Zum Beispiel dann an einer Hauswand, dass Sie es so ausrichten können, dass es direkt auf die Hauswand dann mit drauf strahlt. Oder dann auch schön auf einen Eingangsbereich, wenn Sie das möchten. Oder halt toll auf, wenn Sie da, sag ich mal, jetzt eine tolle Tanne haben oder sowas, wenn Sie die beleuchten wollen, dass das da mit drauf strahlt. Das sieht so schick aus einfach nur. Wir haben aber im Lieferumfang auch gleich hier den Erdspieß mit dabei. Und der wird ganz interessant, wenn man das halt ins Erdreich einfach einstecken möchte. Der ist für Sie mit dabei. Da kann man es einfach reinstecken. Und dann hat man das auch super schnell montiert innerhalb von Sekunden. Dann natürlich die Fernbedienung, wo Sie dann die unterschiedlichen Leuchtmodi einstellen können. Die Blinkintensität, die Geschwindigkeit und auch ein Timer, der für Sie mit vorgesehen ist. Weil manchmal sagen Sie, ja, das soll jetzt noch vier Stunden laufen oder acht Stunden, soll danach automatisch ausgehen. Und dann kann man das auch perfekt hier mit der Fernbedienung dann alles einstellen. Stromverbrauch ist super gering. Das sind nur 8,8 Watt. Also das merkt man gar nicht auf der Stromrechnung. Und was ich auch noch wichtig finde, du bist gerade beim Aufbau und aus Versehen mit dem Laserstrahl bei mir durchs Gesicht gefahren. Mach das bitte nochmal. Geh mal mit dem Laserprojektor in mein Gesicht. Weil da gibt es überhaupt keine Probleme. Also man wird nicht geblendet. Ja, man schaut halt weg. Aber es ist nicht gefährlich. Das ist wichtig. Das entspricht deutschen Sicherheitsnormen. Selbstverständlich. Und es besteht weder für Tiere noch für Menschen jemals irgendeine Gefahr. Piloten kann man auch nicht damit blenden. Es ist einfach nur zur wunderschönen Illumination, wie man so schön sagt, innen als auch außen. Und da hast du vorhin schöne Parks oder Hotels angesprochen. Und da muss ich natürlich bei uns in Baden-Württemberg, also in unserer ehemaligen Heimat, den Europapark ansprechen. Wenn du dort im Hotel mal in so einen Park gehst. Die haben alle solche unglaublichen Leuchtelemente. Ja, und früher war das ja nur möglich mit Lichterketten und mit einem unglaublichen Stromaufwand. Das heißt, man ist zweimal pleite gewesen. Einmal beim Kaufen der ganzen Lichterketten. Beim zweiten Mal, als die Stromrechnung kam. Hier kamen wir beim Anschaffen, ich glaube, einen sehr überschaubaren Preis mit 47 Euro, 41. Und die Stromrechnung, die können wir, was hast du gesagt, wie viel Watt brauchen wir? 8,8 Watt. 8,8 Watt Stromverbrauch. Das können wir komplett vernachlässigen. Das werden Sie auf der Stromrechnung gar nicht bemerken. Also ein faszinierendes Produkt für innen und für außen. Und man kann hier wirklich tolle, tolle Sachen jetzt machen. Ich komme mal mit der Fernbedienung so ein Stück hier rüber. Weil man kann hier natürlich auch die unterschiedlichen LEDs jetzt einschalten. Ich schalte jetzt hier mal so ein bisschen durch, damit Sie das so ein bisschen sehen, was da möglich ist. Man kann jetzt hier zum Beispiel blaues Licht zuschalten. Schauen Sie sich das mal an. Ist das spektakulär, wenn man jetzt gerade hier so ein bisschen Schnee oder auch so eine Tanne beleuchten möchte? Das ist möglich. Dann mit den roten Elementen. Dann kann man hier natürlich weiterschalten. Dann hat man hier die Möglichkeit, schauen Sie sich das mal an. Gefällt Ihnen das vielleicht besser? Können Sie auch einschalten. Nur, dass Sie immer so eine Vorstellung haben von den unterschiedlichen Leuchtmodi, was da möglich ist. Dann können Sie hier natürlich beides zuschalten. Grüne und rote, tolle Effekte dann oben. Und Sie sehen das, diese Kreuze, diese Kreise, das Ganze. Das sieht natürlich schon richtig toll aus. Oder Pink. Gefällt Ihnen Pink besser? Dann schalten wir hier das Licht auf Pink um. Ist natürlich auch noch was Schickes. Geht auch. Wir haben hier alle Möglichkeiten, das einzustellen. Das ist gar kein Thema. Das können wir hier alles machen. Oder dann wieder so ein ganz normales Weiß, wenn man das mag. Oder dann nur rote Laser, wenn man das mag. Oder nur grüne, wenn man das möchte. Das kann man sich so einstellen, wie man das mag. Wie viele Programme gibt es insgesamt, unter denen ich auswählen kann? Wir haben insgesamt hier acht Lichteffekte. Wir haben sechs blaue, sechs pinke LEDs eingebaut. Dann die unterschiedlichen Lasermuster. Da sind Kreise, Wirbel und Kreuze mit dabei. Zehn Bewegungsgeschwindigkeiten und sieben Blinkgeschwindigkeiten. Also du hast unzählige Möglichkeiten. Wollte ich jetzt gerade sagen, wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, das mal das mal das. Also ich möchte die Zahl jetzt nicht ausrechnen, aber es sind unglaublich viele Varianten. Jetzt haben wir das hier auf einen Quadratmeter. Kati, jetzt haben wir das auf einen Quadratmeter hier projiziert. Aber das kann natürlich auch eine riesen Hausfassade. Könnte sogar eine ganze Kirche sein, oder? Genau, also du kannst das natürlich dann in der Entfernung immer weiter nach hinten rücken. Kannst das dann auf eine große Quadratmeterfläche nach hinten bringen. Der Hersteller gibt anderen 200, 300 Quadratmeter. Also ich würde sagen, je nachdem, wie dunkel es dann auch bei Ihnen ist. In großen Städten wird es meistens nicht ganz so dunkel. Aber ich würde sagen, da kommt man schon gut auf eine große Quadratmeterzahl. Und das Tolle ist halt, mit einer einzigen Steckdose, mit einem einzigen Stromanschluss. Also man muss nicht, wie Reif gesagt hat, wie früher irgendwelche Lichterketten und, und, und. Sondern ein einziger Stromanschluss und gut. Und da sind ja auch heute noch Menschen tagelang beschäftigt, die ganzen Lichterketten aufzuhängen. Hier habe ich eine Installation, ich schätze, von einer Minute. Und das bekommen Sie für 47,41 Euro. Die Bestellnummer hier für unseren Laserprojektor ist die NX6728 und die 569. Und das war unser erster 100-Tage-Weihnachts-Countdown im heutigen Jahr. Also nicht erschrecken, wir werden auch in den nächsten Tagen keine Weihnachtslieder singen, sondern wir werden Ihnen einfach tolle Produkte, die jetzt genau passend zur Jahreszeit präsentieren, aus unserem wunderschönen neuen Studio.